So, die Stadt hat eine Wissensschriftrolle, die ich gerne hätte. Und ja, Truppen aufwerten sollte ich eher im Dorf. Oder? Hm. Beim Dorf kriege ich ja, so wie es aussieht, Rabatt. Ne, hier kriege ich auch mittlerweile Rabatt. Wahrscheinlich, weil wir Verbündete sind und nicht mehr neutral. Ich bin gekommen, um die nicht barf zu. Zu den Waffen! Elfen greifen an! Das sind aber viele Elfen, du. Darf ich erstmal die beiden Sachen abgeben? Ja, darf ich. Dann dich nachrüsten. Haltet die Elfen auf. Elfen haben die Schutztorber-Tore durchbrochen. Sie sind noch nie zuvor so nah an der Grenze gewesen. Wir sind fast da. Hat er nicht mal Zeit, mir meine Schriftrolle zu kaufen? Merke ich gerade. Happy to serve. Happy to serve. Uh-huh. Good. So, dann lasse ich sie mal so marschieren. Wir sind fast da. Gut. Gut. Riecht zu nahe am Energieknoten? Well, we don't know. Good. Uh-huh. We're almost there. Genau. Nein. Ich glaube, sie können die Kommandanten vielleicht nicht töten. zu können we serve the empire kill home We are almost there. Good, good. Good. We are almost there. Würdet ihr bitte auch kämpfen? I am happy to serve. Mann, hält die Zauberin wieder aus. Oh, wir haben einen Soldaten verloren. Wir haben einen Soldaten verloren, aber nicht die Krieg. Ich habe gehört, die Elfen haben eine secretive Weapon auf ihre Schleifte. Wir müssen wissen, was es ist. Geh diese Männer in den Elvenlands. Sie werden die Gebäude auswählen. Okay, wir sollen uns jetzt das Gebiet ansehen. Also ich denke mal, bevor wir zur Straße zum Land der Elfen aufbrechen sollten, sollten wir uns erstmal um alles kümmern, was wir hier haben. Das heißt, wir geben euch mal das Holzschild. Oh, vom Energieknoten. Oh, praktisch. Hier können wir auch auffüllen. Gut, das heißt, wir kümmern uns erstmal um den Energieknoten hier drüben. Goblinmine hat nichts Neues für uns garantiert. Imperiale Garnison hat auch nichts Neues und die Wachtürme werden nichts haben. Okay. Well, we don't know. Well, we don't know. Well, we don't know. Good. We're almost there. Well, we don't know. Oh. We serve the Empire. Your enemy is my enemy. No, das ist nicht so schön. Go away. That's all. You're a dead man. Yes, sir. Huh? Aim. Yes, sir. Forward. Yeah. Forward. More blood. On your command. On your command. Oh, aim. Yes. How is it for you? Yes. It's my honor. I'm going with pleasure. I'm going. I'm going. I'm going. Your enemy is my enemy. We serve the Empire. On your command. Happy to serve. So, jetzt können wir den Knoten auch zur Heilung nutzen, was gut ist. Let's go. Oh. Good. 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 Oh, nicht mehr lange und wir können das Level abmachen, was ich machen wollte. Ja, die Elfen hätten schreckliche neue Krieger. Die müssen wir auf den Grund gehen, aber... We're almost there. Das ist euch... Die Spione hier. Die blöderweise mir jetzt, äh, Dings wegnehmen. Yes. Bevölkerung. Aha. Good. So, mal gucken, was hast du zu sagen. Greetings, Traveller. Do you want to try magic roulette? Danke, Grüßreisender. Möchtet ihr magisches Roulette spielen? The rules are simple. You pay ten in gold and the magic roulette generates three objects. If they coincide, you win. Three hammers, you win 100 in gold. Three crystals, you win 50 in gold. Three rings, you win 10 in gold. Mal probieren wir es einmal. Noch einen. Ein letztes Mal. Hm. Jetzt gucken wir mal, was es mit den Briganten auf sich hat. Okay, die sagen immer nur verschwindet, aber du bist der Hauptanführer. Okay. Die haben gar nichts zu sagen. Gut. Müssen wir näher ran. Wir sind fast da. Wir sind fast da. Aha. Imperiale Garnisierung macht uns ein Angebot. Aha. Ja, das finde ich nicht schlecht. Die Ogre können wir nämlich jetzt auch dann langsam mal machen. Also die zwei Ogre-Hütten hier. Und da müssen wir uns noch um das hier oben kümmern. Äh, die wollen was von uns. Yes. Well, we don't know. Well, we don't know. Aha. Aha. Also, dann gehen wir mal die beiden Dorf-Sachen ab. Well, we don't know. Ah, das Briganten-Lager hat schon wieder Angreifer. Brauchen wir uns aber auch nicht zu kümmern gerade. Gibt's im Dorf eigentlich Wissens-Schriftrollen? Ja, gibt es. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Antrieb, Holzschild, Geld. Ja, eine Wissensschriftrolle. Die gibst du an die weiter und die benutzen sie auch gleich. Ich habe keine Ahnung, was es mit der Wolfsgrube da oben auf sich hat. Sind wir jetzt eigentlich mit dem... Ne, der Turm ist neutral. Okay. Das heißt, wir sind auch wieder bereit, neue Quests anzunehmen. Ja, ich lasse die Knoten einfach mal so am Leben, weil die Map ist nicht groß. Und wir sollten uns Zeit lassen, weil man hat gemerkt, wie viel ich in den Sand gesetzt habe in der letzten Aufnahme Session.